Flog davon, nicht mehr gefunden. Indoor war die Drohne gut zu fliegen, auch die Flips haben funktioniert. Akku lauft seit kurz, Ladezeit sehr lang. Bei meinem Outdoor-Jungfernflug stieg die Drohne in die Luft und brach die Verbindung zu meinem Smartphone ab. Drohne stieg trotzdem immer weiter. Bis ich nur noch einen kleinen Punkt am Himmel erkennen konnte, Drohne nie mehr gefunden. Kuckuck.